Wenn es um die großen Schlachten der Kreuzfahrer in der Levante geht, dann redet immer irgendwie jeder von Hattin. Hattin hier, Hattin da, alles redet von Hattin. Dabei gab es auch schon vorher Auseinandersetzungen, die teils ganz schön schlecht für die Kreuzfahrer und vor allem für den Templerorden geendet haben. Heute schauen wir uns also ausgewählte Aspekte zu einer anderen Schlacht, namentlich an den Quellen Cressants im Mai des Jahres 1187 an. Wir werden über den Kontext dieser Schlacht reden, wie es dazu kam und ich werde euch mitnehmen in einen ausgewählten Aspekt der Ordensgeschichte, der in aller Regel nicht so große Beachtung findet. Ich freue mich drauf. Los geht's. Moin Leute, was geht ab? Hamelker hier. Ich bin Historiker für mittelalterliche Geschichte und habe zum Templerorden promoviert. Wenn ihr Bock habt, mich mal live zu sehen, dann schaut auch Montag oder Donnerstag jeweils um 20 Uhr mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, bevor wir heute tiefer einsteigen, brauchen wir ein bisschen Kontext. Genauer müssen wir über einen bestimmten Großmeister des Ordens sprechen, namentlich Gérard de Ritfort. Als Großmeister hatte er zwischen den Jahren 1185 bis hin zu seinem Tod im Jahr 1189 die Gesamtverantwortung für den Templerorden. Neben Hieu de Pin, dem ersten Großmeister des Ordens, und Jacques de Molay, dem letzten Großmeister des Ordens, der letzten Endes auch verbrannt werden sollte, zählt Gérard de Ritfort sicherlich zu den bekanntesten Templern in der gesamten Ordensgeschichte. Das hat vor allem mit seiner Rolle in der eingangs schon erwähnten Schlacht bei Hattin im Jahr 1187 zu tun. In den allermeisten Quellen insgesamt, aber vor allem auch zur Schlacht bei Hattin, kommt er, wie soll man das jetzt sagen, nicht sonderlich gut weg. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Niederlage bei Hattin im Verlust der heiligen Stadt Jerusalem gemündet hat. Und die Einnahme dieser Stadt war nun mal einer der Hauptgründe für die Kreuzzüge, in deren Kontext der Templerorden nun mal ja gegründet wurde. Vielen gilt damit diese Niederlage bei Hattin als der Anfang vom Ende der Kreuzfahrerstaaten in der Levante. Und naja, nach allem, was wir wissen, scheint der Templer-Großmeister Gérard de Ritfort nicht ganz unschuldig an der Niederlage bei Hattin gewesen zu sein. Das hat viele der bekannten Templer-Forscher, namentlich zum Beispiel einen Alain Demerger, dazu bemüßigt, sein Kapitel über die 1180er Jahre zu überschreiben mit Gérard de Ritfort, der böse Geist des Templerordens. Zitat, blind vor Wut soll er einen Fehler nach dem nächsten begangen haben. Er sei ein Prahlhans gewesen, Klammer auf, was für ein geiles Wort, und hätte dem Orden also überhaupt nicht gut getan. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber ich persönlich bin bei so Charakterbeschreibungen, bei so Beschreibungen der persönlichen Eigenschaften einer Person, vor allem bei historischen Figuren, immer ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Ich meine, all unsere Wissen stützen wir auf historische Quellen, die, wie wir wissen, alle irgendwie entweder politisch gefärbt waren oder irgendeine Form von Agenda vertreten haben. Es dürfte uns in aller Regel also einigermaßen schwerfallen, persönliche Charaktereigenschaften aus diesen Quellen rauszudestillieren. Womöglich unterscheiden sich hier auch ein bisschen die Generationen von Historikerinnen und Historikern in der Vorgehensweise. Wie dem auch sei, eigentlich lief die Sache der Kreuzfahrer bis, sagen wir mal, in die 1170er Jahre hinein relativ gut. Ich meine, klar, es gab politische Querelen und ausgeprägte Keilereien zwischen verschiedenen Machthabern dieser Region. Aber Jerusalem war nach wie vor in der Hand der Christen und auch die Kreuzzugsidee erfreute sich im Großen und Ganzen einer nach wie vor recht ungebrochenen Beliebtheit. Das bedeutet also, dass es einen relativ konstanten Nachschub an Truppen, Gütern und Finanzen gab, was unerlässlich war für die Haltung der Kreuzfahrerstaaten in der Levante. Mit dem Auftreten allerdings des muslimischen Herrschers Saladin, den viele von euch natürlich kennen dürften, ändert sich die Sache allerdings. Die Stimmung unter den Kreuzfahrern wurde zunehmend schlecht, denn es gab vermehrt Niederlagen gegen muslimische Kontingente. Und so musste man sich im Jahr 1180 in einen Friedensvertrag mit Saladin und seinen Truppen zwingen lassen. Wie ihr euch vorstellen könnt, waren allerdings nicht alle Fürsten und Machthaber auf christlicher Seite sonderlich begeistert davon. Der Frieden war brüchig und wurde immer wieder durch die Aktionen Einzelner sabotiert. Im Mai des Jahres 1187 schließlich gewährte einer der erfahrensten Machthaber der christlichen Kreuzfahrerstaaten in der Levante, Raimund III von Tripolis, basierend auf eben jenem erwähnten Friedensvertrag mit Saladin, einem muslimischen Kontingent unter der Leitung des Sohnes Saladins, den Durchzug durch seine Gebiete bei Tiderias. Diese Erlaubnis galt den politischen Gegenspielern Raimunds III, namentlich dem Templer-Großmeister Gerard de Ritfort, der auf der Seite des erst ein Jahr zuvor gekrönten Königs Jerusalems Guy de L'Ossillon stand, als Verrat und Paktieren mit dem Feind. Er erachtete diese Erlaubnis als nichtig und so trat er dem muslimischen Kontingent mit seinen eigenen Truppen entgegen. Es gibt einzelne Quellen, darunter zum Beispiel das Itinerarium Peregrinorum, das kurz nach den Ereignissen bei Crissant und Hattin entstanden ist, die andeuten, dass diese Schlacht wohl eher zufällig stattgefunden haben soll. Das gilt in der Forschung heute allerdings nicht mehr als sonderlich wahrscheinlich, nicht zuletzt wegen der politischen Rivalitäten zwischen dem Templer-Großmeister Gerard de Ritfort und dem bereits erwähnten Raimund von Tripolis. Gegen diese These des sich zufälliger eignenden Kampfes sprechen auch noch einige praktische Gründe, zum Beispiel der Umstand, dass es natürlich eine gewisse Zeit braucht, bis man ein eigenes Heer aufstellen und mobilisieren kann. Für einen gezielten Kampf spricht auch, dass der in aller Regel sehr gut informierte Erzbischof von Tyrus mit dem Namen Wilhelm in seiner Chronik von einem Streit berichtet, der im Vorfeld dieser Schlacht zwischen dem Templermeister Gerard de Ritfort und einem Getreuen stattgefunden haben soll, ob es nun weise sei, gegen das muslimische Heer auch wirklich zu Felde zu ziehen. Das ist vielleicht jetzt mal ein ganz guter Moment, um einen quellenkritischen Diskurs hier einzuschieben, denn an der Stelle müssen wir wirklich vorsichtig sein. Diese besagte Wilhelm von Tyrus, Erzbischof von der gleichnamigen Stadt, war knietief in die politischen Querelen der Kreuzfahrerstaaten involviert. Daraus könnte sich unter anderem erklären, dass er insbesondere kein guter Freund von einer anderen Person war, die ebenfalls in diese politischen Streitereien mitverwickelt war, nämlich den Templer-Großmeister Gerard de Ritfort. Wenn wir ganz ehrlich sind also an der Stelle, trübt das die Aussagen des Wilhelm von Tyrus über den Templer-Großmeister doch drastisch. Denn er könnte ihm, ja gut weiß, was in den Mund gelegt haben, zumal in dem Wissen, dass Gerard de Ritfort die Schlachten bei Cresson und zwei Monate später bei Hattin doch ganz ordentlich vergurkt hat. Meinem Eindruck nach ist das doch recht wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn wir diese Quellen also in dieser Form betrachten. Wie dem auch sei, wir haben relativ genaue Informationen nun über die Zusammensetzung des zumindest christlichen Heeres, das dann auf das muslimische Kontingent trifft. Die Chronik der Null eines knappen Balians von Iblin berichtet uns von 80 Templern aus der Festung Lafebvre, das ist heute in der Nähe von Nazareth gelegen, in einem israelischen Kibbutz mit dem Namen Merchabiah, von 10 Rittern aus dem Orden der Johanniter unter der Leitung des Meisters Roger de Moulin, von 40 Rittern aus Nazareth und von einer unbekannten Anzahl Unberittener. Und jetzt Achtung, das muslimische Heer soll den Quellenangaben eine Truppenstärke von 6.000 bis 7.000 Mann gehabt haben. Und jetzt denken wir alle so, what? 6.000 bis 7.000 Mann? Ist das nicht ein bisschen viel? Naja, das Mittelalter und Zahlenangaben, das ist so eine Geschichte für sich. Ich glaube, wir können hier mit relativer Sicherheit sagen, dass selbst ein Gerard de Ritfort nicht so blöd gewesen sein dürfte, mit einem so kleinen christlichen Heer in eine so riesige muslimische Übermacht zu reiten. Entsprechend wird es in der Forschung heute auch bezweifelt, ob die Truppenstärke der Muslime in der Schlacht bei den Quellen Cressants auch wirklich so groß gewesen ist. Konkret geht man eher von einer Zahl zwischen 500 und 700 Muslimen aus. Die Übertreibung könnte damit zu tun haben, dass die christlichen Quellen natürlich wussten, dass die Schlacht verloren gegangen ist und deswegen möglicherweise das muslimische Heer ein bisschen größer gemacht haben, als es womöglich war. Wie dem auch sei, es kommt, wie es kommen muss. Das christliche Heer wird vernichtend geschlagen. Roger de Moulin, der Meister der Johanniter, stirbt und laut den Quellen, konkret der Chronik der Null, können lediglich drei Ritter entkommen. Und wie es der Zufall so will, ist einer von denen Gerard de Ritfort. Insgesamt ist die Schlacht einer Quellen Cressants für die Christen also ein riesig großes Desaster und eigentlich nur ein Vorbote dessen, was zwei Monate später bei der Schlacht bei Hattin noch folgen sollte. Folgerichtig müsste man jetzt also davon ausgehen, dass die christlichen Quellen primär negative Dinge über die Schlacht an den Quellen Cressants zu berichten haben, oder? Aber, hmm, wartet mal, das ist ja gar nicht so. Zumindest nicht ausschließlich. Woran liegt das? Laut meinen Forschungen spricht einiges dafür, dass es die Templer geschafft haben, diese Schlacht an den Quellen Cressants in Vorzeigemanier propagandistisch für sich zu nutzen. Kurz nach dem Tod so vieler Templer beginnt nämlich die Geschichte eines vormals unbekannten einzelnen Templers zu kursieren, der in dieser Schlacht an den Quellen Cressants extremst tapfer gewesen sein soll und den Märtyrer-Tod gestorben sein soll. Hierzu, Leute, gibt es eine ganz wunderbare Quellenstelle, die ich angesichts ihrer Schönheit ausnahmsweise mal in voller Länge für euch darstellen mag. Lehnt euch also zurück und gebt euch, was da passiert sein soll. Ein Templer mit dem Namen Jacques de Mailly soll den gesamten gegnerischen Angriff durch seinen herausragenden Mut auf sich alleine gebracht haben. Während seine übrigen Brüder entweder gefangen genommen oder getötet worden waren, trug er die gesamte Wucht des Angriffs alleine und erstrahlte als ruhmreicher Streiter für das Gesetz seines Gottes. Von Feinden umzingelt und menschlicher Unterstützung fast gänzlich beraubt, fasste er erneut Mut, als er so viele Tausende auf sich einstützen sah und stellte sich mutig der Schlacht, einer gegen alle. Sein Mut gewann ihm die Anerkennung seiner Feinde, viele waren voll des Mitleids und forderten ihn auf, aufzugeben. Er aber ignorierte ihre Warnungen, weil er sich nicht fürchtete, für Christus zu sterben. Schließlich, er überwältigt als besiegt von Speeren, Steinen und Lanzen, sank er zu Boden und stieg glücklich triumphierend gen Himmel mit der Palme des Märtyrers. In der Tat war es ein sanfter Tod, bei dem es keinen Platz für Trauer gab, wenn das Schwert eines Mannes eine solch großartige Krone durch die Menge Erschlagener um sich herum für sich erschaffen hat. Der Tod war süß für einen Mann, wo er siegreich in der Mitte umringt war, von Ungläubigen, die seine eigene Rechte niedergemacht hatte. Also Leute, das ist ja wohl mal ein ziemlich abgespaceder Text, oder? Der liest sich ja wohl fast wie eine Hagiografie, also der Text und Bericht über einen Märtyrer. In diesem Text wird so dick aufgetragen, dass es am Ende total irrelevant erscheint, wer eigentlich jetzt nochmal diese Schlacht gewonnen hat. Die klare Botschaft hinter diesem Text ist also, die Templer sind total krasse Soldaten und die würden wirklich alles tun, um die Christenheit und Jerusalem zu verteidigen. Anhand dieser Episode des Templers Jacques de Maillier lässt sich jetzt eine extrem spannende Überlieferungsgeschichte nachverfolgen, die zeigt, wie effizient die Mühlen der PR im Templerorden gearbeitet haben. Mir ist klar, dass es im Templerorden keine PR-Abteilung gab, aber ihr wisst, was ich meine. Einige Jahre nach dem Itinerarium Peregrinorum, weil es eine andere Quelle mit dem Namen Libellus de Expugnatione Teresante ebenfalls von einem Templer mit dem Namen Jacques de Maillier berichten, einem Marschall der Miliz des Templerordens, einem tapferen Mann der Waffen. Extremst ausführlich und in bunten Bildern bemalt, habe dem Libellus zufolge dieser Templer Jacques de Maillier gekämpft wie eine wilde Löwin, deren Junges geraubt wurde, unter den Feinden gewütet und hätte am Ende die Krone des Lebens empfangen und sei Christus preisend durch das Martyrium gestorben. Auch wenn wir nicht genau wissen, wann das Libellus und seine verschiedenen Teile verfasst wurde, so lässt sich seine Abfassung doch wohl auf den Anfang des 13. Jahrhunderts datieren. Und so lässt sich die Geschichte des Templers Jacques de Maillier nun auch in anderen Quellen verfolgen. Zum Beispiel in der L'Histoire de la Guerrisson des normannischen Dichters Ambroise, in der Fortsetzung der Weingartner-Chronik, die ebenfalls den Namen Jacques de Maillier kennt, und auch die Annale de la Terre Sante, abgefasst über 100 Jahre nach den Geschehnissen an den Quellen Cressants, wissen von dem Templer Jacques de Maillier zu berichten. So, und jetzt mal die spannende Frage. Wie kann es sein, dass ein vormals komplett unbekannter Templer nun über so viele Quellen des christlichen Abendlandes Verbreitung gefunden hat? Klar, Chronisten haben voneinander abgeschrieben. Die haben mit dem Material gearbeitet, das ihnen zur Verfügung stand. Möglicherweise gab es aber auch einen anderen Akteur, der durchaus Interesse an der Verbreitung dieser Geschichte gehabt haben könnte, nämlich die päpstliche Kurie. Wir wissen nämlich, dass einige Monate später, konkret am 3. September im Jahr 1187, die Schreiber der Kurie schon von dem Namen Jacques de Maillier und seinen hellen Taten bei der Schlacht bei Cressant wussten. Und zieht man nun in Betracht, dass diese Schreiben der päpstlichen Kurie bis in die letzten Ecken der christlichen Reiche versandt wurden, kann es durchaus auch sein, dass der Name Jacques de Maillier über eines dieser Schreiben Verbreitung gefunden hat. Persönlich war es mir allerdings nicht möglich, eines dieser Schreiben oder auch eine Abschrift davon aufzutreiben. Darin könnte also ein Grund für den Ruhm dieses Templers Jacques de Maillier liegen. So, einmal kurz durchatmen. Das war jetzt ein Parfumsritt durch 130 Jahre Quellen Geschichte des Ordens. Aber Leute, mal kurz innehalten. Der Punkt, den ich machen will, ist hoffentlich klar geworden. Das nenne ich mal erfolgreiche Propaganda, oder? Obwohl die Schlacht krachend verloren gegangen ist, wissen viele Quellen nur Positives über den Templerorden zu berichten. Das ist nicht schlecht, oder? Warum war das wichtig? Naja, überlegen wir mal. Die öffentliche Meinung war für die Ritterorden insgesamt von entscheidender Bedeutung, wenn sie auch in Zukunft von den christlichen Gesellschaften unterstützt werden wollten. So einfach ist das. Und sind wir mal ehrlich, diese actionreiche Geschichte des Templers Jacques de Maillier hat dieser Sache sicherlich einen guten Dienst erwiesen. Und wenn tatsächlich nur so wenige Ritter dieses Gemetzel bei Cressant überlebt haben, ist es wohl nicht ganz unwahrscheinlich, dass der Großmeister selbst, Gérard de Ritfort, möglich Ursprung dieser Martyrums-Geschichte ist. Leute, danke fürs Zuschauen. Das war's für dieses Video. Ich freue mich über eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Hamelka. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.